Nein, lass mich, du koßst eh ensam. Ja, ich hab gehört, Minecraft war so richtig, ohne noch bad physics. Ja, hab ich auch gehört. Ich hab gehört, Minecraft ist absolut bugfrei. Ja, natürlich. Ich hab gehört, Minecraft macht Spaß. Ja, aber ist ein Bug, Digga. Ja, Spaß ist ein Bug bei Minecraft, das haben wir nicht eingeplant. Bei one sec. Ist doch, Digga. Junge, Flexi, Alte, irgendwann köpfe ich dich also. Ganz gerade, gerade. Ist gut, dass niemand man das sieht. Nein, 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 ich will nicht vorbei, nein, hallo? Es ist mir jetzt noch einer zu mir runtergegangen. What the fuck, was war das? Das heißt, das ist ja nicht echt flexig zu mir runtergegangen. Nein, guck mal, du kannst nicht so ruhig laufen. Oh, scheiße. XD, Alter. Ah, scheiße. Kein Problem, Mann. Ich hab irgendwas gehört. Alles unter Kontrolle. Hä, wo bist du jetzt? Weil ich hatte Ficken. Oh, ich bin sehr... Mir würde echt mehr interessieren, ob Flexi die ganze Zeit wirklich stumm vorm PC sitzt, oder ob der sich selber ins Fäustchen lacht. Du hättest es halt andersrum machen müssen, denn dann werden die immer gezwickert. Ach, Junge, Kiro, du bist so'n Fisch. Das triggert nur ein bisschen. Du kannst doch zum Rad nochmal durchlaufen. Außer beim letzten, dann musst du sprengen. Nee, nee, beim letzten nicht. Hei, jetzt ist es gefixt. Hast du gefixt? Super. Okay, der macht nichts anderes mehr. Ach! Was ist das? Wo kommt das her? Wo kommt das her? Alle Ahnung. Das ist nicht das Minecraft, das ich kenne. Das habt ihr mit meinem Minecraft gemacht. Wenn du stehen bleibst. Wenn du stehen bleibst, Mann. auf, das ist alles drin. Absolut moonwalk. Hat die perfekte Idee, Mann. Puh... Nein! Ha ... hi, ich hab's mir den die Corn�. Herst du nuclei covered. Ha ... Nice as eben. Boa, Junge, wir kommen wieder so gut aus der Base. Gerys, du musst ein bisschen schneller power hier. Du kannst das den Web nicht laisen! Immer nets. Ach, jetzt habt ihr da mit den Leitern gemacht. Dündercull noch Nicola? икиal das Wasser winacht? das ist ja bei Schall aufgesammelt ein unglückliches Leben jetzt sogar frei Jungs, sie werden ausgemont es gibt noch mehr Roboter ey, warum spricht der runter? das ist ne gute Frage so fucking close wo ist der? die bauen gleiche Welt noch mit gleicher Name die bauen doch frei die bauen doch frei, mein Digga Jungs, Alter Jungs, ich geh links du rechts, du und wir sind los wir versuchen beide hochzukommen aber wir gehen den selben Weg hoch alle oh, lol, das kann man erwartet ja Glück, dass ich noch ein Spektler habe okay, ich kann ja leider dann sitzen ok, wir wissen, dass wir uns erstmal was Spaß macht, ja und dann, dass sie zu ist warte, ich kratze mich kurz bitte nicht jetzt ah, da hab ich den Reducer gesehen der war zu sehen das muss man ganz klar sagen, das war obvious danke Hör auf fach dich nice try, man Junge, wir sagen, wir hätten das Bett nicht abbauen können ich wollte gerade den Job töten, das geht ihm nicht schlecht ha 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 so schlecht, man, weil sie keine Defenses schaffen ha 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 oh nice von hier lass, lass, lass versuchen die Barriere mit TNT wegzuspringen ne ne wuuh uuuh uuff uuff wieso krieg ich den Hit nicht uuff 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 du uuff Nee, geht so weit nicht. Ah, der ist rein. Der Bet ist rein, Digga. Es skaliert jetzt. Der Schettmann ist am Start. Bet ist noch 2-Glock. Wie geht's? Ten! 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 Ey, Bet ist noch rum hier! Er hat ne Rolls-Affekt. Ich hab tatsächlich jetzt eine tendenzielle Frage. Wie läuft das jetzt ab? Wie sollen wir euer Betta bauen? Das ist nicht unser Schill. Der fehlt noch 2 Wasser. Tungs? Ich weiß, wo er ne Kanone bauen. Äh, das ist wahrscheinlich nicht. Das ist dem Porum Report. Der baune unsere Kanon mit zwei didn' an. Und Wasser. Es ist instant Zünden. Ganz vergessen, es stimmt. Herzlichen Dank! Oh, Loll. Wie hat er das gemacht? Der war wohl ein Block. ich weiß dann hätte ich die Leitung einmal gebrauchen können aber Kiri hat sie so platziert und nicht auf der Seite stehen bleiben können. Ne ne? Krippisch oder? Wie Paul ist raus?